Musik Die Spiele zu Hause gefällt mir gut. Man kann auch selbst viel lernen, mit dem Kind zu spielen. Bei Spielen zu Hause macht es mir sehr viel Spaß, mit den Kindern zu spielen und auch da die Entwicklung zu sehen, immer weitere Fortschritte zu erleben. Jemanden in den eigenen vier Wänden mit den Möglichkeiten, die man als Familie hat, nochmal Unterstützung zu bekommen, ich glaube, das ist sehr effektiv und gibt Eltern Sicherheit in ihrer neuen Rolle. Gerade auch, wenn die Eltern und die Kinder dankbar aus dem Besuch rausgehen und auch Spaß hatten, dann bin ich auch zufrieden. Aha! 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 Ja! Oke! Ja! Gianté Majd